Liebe Leute, ich heiße Anna-Linda, mein Qua-Addo. Ähm, ich drehe heute einen kleinen Blog über meinen Cousin, meine Cousine und meine Tante und meine kleine Familie. Ja, meine große Familie. Okay, jetzt geht's los. Wir gehen jetzt mal zu meinem 0-jährigen Cousin, der ist jetzt, glaub ich mal, ein Monat ungefähr alt. Ungefähr. Und hier ist er. Declan! Wir nehmen etwas Licht. Tante. Wir haben einen Fangenen. We need some light. Entschuldigung, man sieht gerade nichts, ich muss gerade Licht holen. Also keine Luft, nicht. Wenn das nicht drin ist, kann man es auch fast hören. Entschuldigung. Mein Cousin ist nämlich noch ganz neu in der Familie. Und das ist er, Declan. Und das ist seine Schwester. Declan, 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 sag mal hallo. Sag hallo. Sag hallo. Declan, sag hallo. Sag hallo. Guck mal, sag mal hallo. Wo ist der Baby? Ist das meins? Ich will das. Das ist Declan, Dejita. Dein Bruder. Dein Bruder. Lass es, nein, lass es. Oh, die Weint. Mama. Das ist die Tante von denen. Und von mir. Und ich. Hey, lass es. Mama. Das ist deine Brot zu mühen. Baby, aber guck her. Das ist nur eins. Ehm. Mama. Schöp. Das ist nur eins. Mama. Ich habe kein Foto. Nein, das ist ein Video. Eigentlich darf ich einen Declan gar nicht tragen, aber ich nehme ihn meistens heimlich. Ne? Das Licht zeigt mich nicht gut. Was ist denn? Entweder ich sehe es nur in der Kamera oder ihr seht es auch. Oh, das wisst ihr doch. Denke ich. Hier, das ist der kleine Declan. Das ist meine Declan. Dein Bruder? Ja. Dein Bruder sagt Hallo. Der ist noch voll klein. Hä? Komm, leg dich hin, bevor deine Tante kommt, ne? Oder? Tanzen, komm. Anna, leg dich hin, ja, Mama kommt. Leg dich hin. Ja. Leg dich hin, Mama kommt. Bitte kacke an und ihr auch. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Hallo, Papa. Hallo, Papa. Hallo. 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 gut und dir was machst du gerade ich habe in der Stadt gelaufen und in Hamburg war gestern in diesem Park ist das schön ich bin gerade reingekommen ach so ich muss Abendbrot essen schon 5-16 Uhr muss ich Abendbrot aber ich warte bis 6 Uhr ok es ist zu früh wie war dann reingekommen hä? wie war dann reingekommen gut dann warst du in Hamburg um so 10 Uhr 30 oder so ungefähr 10 Uhr 30 ungefähr also naja ich war fundlich da willst du mal mit willst du mal mit Decklern reden Papa? hä? willst du mal mit Decklern reden? willst du mit ihm reden? wie? weiß ich nicht sag mal hallo Decklern sag mal hallo naja Georgita sag mal hallo 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 alles gut ja was hast du gegessen? gut was machst was machst du jetzt? was machst du gerade? nix mein Foto ist Video Video wir machen ein Video also du machst das Video oder was? ja ungefähr so Vorsichtig Vorsichtig der Kleine nicht tragen ja Warum darf ich ihn nicht tragen? Mama aber ich kann ihn tragen Georgita 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 hab ich auch als Baby getragen und das war auch alles okay warum darf ich Deckler nicht tragen? hm ja okay ähm David dem geht es gut aber ich weiß nicht wo er ist äh 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 Georgita äh 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 alles gut mit dir ich hab ihr die Kampen das Tablet weggenommen also sorry äh okay dann gut mal alles dann gut alles klar ja ähm Papa ja gestern haben wir haben wir Marvin gesehen wo denn sie war bei dir? im Hauptbahnhof die wollten zum Dom Dom ist wieder angefangen? ich glaube schon er hat gesagt die gehen zum Dom in der Nacht? ja in der Nacht soll ich dir Tante geben? hä? soll ich dir Tante geben? ja okay hier ähm ил ich bin blöd der 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 kann der du bist ich auch brav com So liebe Leute, wir essen gerade Pommes und sind echt gut. Mein Vater hat es gerade angeguckt. Tschüss. Tschüss Papa. 5 Minuten 58 oder 59, telefoniert. Papa, sieh, mit mir geht alle Nospat. Naja, sieh mit dem Büchern der Mami fest, aber vorsichtig. Also, Gesundheit. Warte, ne, Funo. Ey, Tante, ist it normal? Sein Bauch knurrt anscheinend. Er hat Hunger. He is hungry. Ja. Na, seh noch, nur bei Dianene, kann sie ja ihr Blog. P-P-E-S. Ja. Und hier, mein Mann, die Pommes. Tante. Sieh, 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 sieh. Sieh, 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 sieh. Sieh, 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 sieh. Look, Kleine. Look. This is your brother. This is your brother. So, wir wollen jetzt, den Blog jetzt nur kurz Pause machen. Ja, bis gleich. So, wir sind wieder da. Haben zwar noch nicht aufgegessen, aber wir sind wieder da. Der kleine Decklein hier hat gerade genießt. Und sein Magen hat geknurrt. Habe ich ja schon, glaube ich, gesehen. Und wir gucken gerade Hany und Nanni. Zwei. Nur, wenn meine Tante hier da ist, dann darf ich ihn nicht tragen. Weil ich habe noch nicht... Tante. Darf ich Lennas ein bisschen tragen? Äh, Deckel ein bisschen tragen? Hm? Ja? Kaya. Oh Mann! Wie bist du aus der Mitte mehr Tante, Kitu Abby? Danke, Bibi. Sieh. Ich bin neuer. Na ja, ich habe gerade gefragt, ob ich ihn tragen kann. Nein. So, Betz nachhol, ne? Tante. Oh, Betz nachhol, Kaka. Na ja, schau hier filmen, okay? Danke. Kurze Pause. So, wir müssen jetzt doch leider schnitt machen. Sag tschüss, Bibi. Tschüss. Sag tschüss. Tschüss. Sag tschüss, Lennos. Hey, Lennos, du sollst nicht gehen, sondern tschüss sagen. Gerne. Tschüss. Kann man ihn sehen? Warte, ich sag nochmal tschüss. Und dann nochmal Deckel an. Gesundheit. Gesundheit. Sag tschüss, Kleiner. Tschüss. Tschüss. Und Tante. Hier. Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Jetzt. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.